Jetzt freust du dich ein bisschen, weil ich mir jetzt so... Fuuuck! Du musst jetzt den ganzen Scheiß normal machen, weil ich mich verdrückt hab! Das ist so witzig, auch zu lachen! Was freust du dich da so? Das ist nicht witzig, das ist den ganzen Tag normal machen! Ja, was denn? Oh, mein Rechner stutzt gleich ab, so langsam wieder. Warte mal, wir machen hier mal einen.